Hallo! Ich habe heute für euch den Lipstick Addict Tag. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich mich zu den lippenstiftabhängigen Menschen zähle. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich ja den einen oder anderen inspirieren, auch süchtig zu werden. Es ist eine schöne Sucht. Sie ist teuer, aber sie ist schön. Und deswegen dachte ich mir, fange ich einfach mal an. Also, erste Frage. Lieblingslippenpflegeprodukt. Da habe ich mich für Burt's Bees Honey Lip Balm entschieden. Der ist in meiner Nachttischschublade und wird jeden Abend auf meinen Lippen drauf gemacht. Lieblingsauffälliges Rot. Das war so einfach. Oh mein Gott, war das leicht. Ich muss ihn nur finden. Das ist schwerer. Es ist Lady Danger von MAC. Das ist mein Go-To-Lippenstift. Wenn ich Bock auf Rot habe und auf Farbe, dann kommt der ins Spiel. Er ist wirklich super knallig und super auffällig. Und ich liebe ihn. Also das ist einer, da muss man mutig für sein. Aber er ist großartig. Er ist wunderschön. Bestes High-End-Produkt. Da habe ich mich entschieden für einen Yves Saint Laurent Lippenstift. Nämlich Rouge Pour Couture The Mads. In der Farbe, ich glaube sie heißt Rouge Rock. Ich habe sie natürlich jetzt so nicht stehen. Ich mache das immer so umständlich. Machen wir es so. Einfach. Das ist ein etwas dunklerer Rot-Ton. Und ich finde, der gleitet auf die Lippen. Das lässt sich nicht in Worte fassen. Ich finde den so schön. Liebstes Drogerie-Produkt. Auch da musste ich überhaupt nicht lange nachdenken. Das sind meine Maybelline New York Color Drama Intense Velvet Lip Pencils. Die habe ich mittlerweile in den drei Farben. Als allererstes Essential Red. Ich will schon wieder so machen. Das ist auch ein kräftiges dunkles Rot. Nude Perfection. Das ist ein ganz hinreißender, ganz weicher Nude-Ton. Und dann habe ich Berry Much. Das ist ein wunderschöner Bären-Ton. Der lässt sich auftragen. Also diesen lassen sich alle drei unglaublich gut auftragen. Die sind unglaublich weich und sanft und smooth. Und wirklich der Hammer. Für, ich glaube, 9 Euro kosten die. Die sind jeden Cent wert. Ich liebe sie. Ich finde sie großartig. Sie halten total toll. Sie sehen auf den Lippen so schön aus. Durch die Stiftform lassen sie sich so super gut auftragen. Großartige Produkte. Bester MAC Lippenstift. Da kommen wir wieder zu Lady Danger. Leicht, ganz viel leicht, könnte ihm noch Ruby Woo den Rang ablaufen. Manchmal, von der Farbe her zumindest. Ich finde Ruby Woo ist auch wunderschön. Es war mein allererster MAC Lippenstift. Und ich war so glücklich, als ich ihn gekauft habe. Allerdings finde ich es eher ein bisschen zu trocken. Also Ruby Woo ist ein bisschen trockener als Lady Danger. Lady Danger ist meiner Meinung nach super cremig. Und bei dem muss man wirklich seine Lippen vorher perfekt gepeelt haben. Weil sonst wird es schwierig. Lipstick Fail. Das ist dann noch einer von MAC. Das ist Myth. 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 Das ist so ein ganz krasser Nude-Ton. Und der Farbton steht mir überhaupt nicht. Und ich habe den jetzt hier. Und wenn ich ihn drauf mache, sehe ich aus, als hätte ich fünf Nächte am Stück durchgekotzt. Und das ist sehr traurig, weil das sind 20 Euro, die ich aus dem Kätzter geschmissen habe. Lip Liner, yes or no? Ausgehend von der Tatsache, dass das, was ich gerade auf den Lippen trage, nur ein Lip Liner ist. Yes. Was ich gerade trage, ist MAC Soar. Der ist ja auch wahnsinnig gehypt. Kein Wunder. Ich finde ihn auch wunderschön. Alleine auf den Lippen ist der auch wirklich tragbar. Und er hält auch richtig gut. Also ein großartiges Produkt. Jedenfalls habe ich nämlich noch von NYX den Deep Purple. Den trage ich auch sehr gerne. Das ist ein Bären-Ton, der fast schon ins Lidane geht. Also ich finde, Deep Purple ist nicht perfekt, der Name. Aber den mag ich auch richtig gerne. Mein Becker Nude Liner. Der ist zweienlich. Und hat auf der einen Seite einen Nude-Ton, der auch eher Rosenholz-ähnlich ist. Ich muss den mal gerade neben Soar halten. Die beiden sind sich extrem ähnlich, sehe ich gerade. Allerdings ist der Becker Liner ein wenig heller. Und auf der anderen Seite hat der Liner so einen wirklich super krass Nude-Ton, den ich aber wirklich kaum benutze. Weil der ist so ähnlich wie... Er ist sogar noch viel heller, sehe ich gerade, als Mist. Und ja, den kann ich nicht tragen. Der sieht doof aus an mir. Lieblings-Kloss. Voll einfach. Nyx Butter-Kloss in der Farbe Creme-Brülee. Ich bin nicht so der großartige Kloss-Fan, weil vor einem Jahr hatte ich noch lange Haare. Und ich finde es so ekelhaft, wenn die Haare die ganze Zeit in den Lippen kleben bleiben. Und ja, deswegen seit ich die kurzen Haare habe, ist es ein bisschen besser geworden. Da trage ich ab und zu auch mal was Klossiges. Aber eher selten. Allerdings der hier, das ist so ein Nude-Ton. Jetzt fängt das wieder an. Irr. Den seht ihr hier. Den finde ich wunderschön. Der ist ja auch eines der so super gehypten Produkte. Und ich weiß warum, er ist total toll. Und letzte Frage. Sonst noch was? Ja, ich habe immer was zu erzählen. Nämlich von Rivaldi-Loup die Farbe 25. Das ist so ein My Lips But Better-Ton. Den trage ich so viel im Alltag. Also einfach, wenn ich gerade einfach nur noch aus dem Haus raus muss, dann kommt der schnell drauf. Und ich muss nicht mal hingucken, während ich ihn auftrage, weil er so ein schöner, natürlicher Ton ist. Und er ist total großartig. Ja, da seht ihr irgendwie. Also er ist auf jeden Fall großartig. Und er kostet ungefähr 2 Euro. Also das ist unschlagbar vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil er wirklich großartig hält. Und er hat zwar ein relativ mattes Finish, aber er trocknet nicht aus. Und er pflegt sogar so ein bisschen. Also ich finde ihn super für seinen Preis. Großartiges Produkt. Die anderen davon, ich habe mittlerweile einige, die sind auch alle gut. Also die kann ich eigentlich auch empfehlen. Aber der hier ist der Beste. Und dann war es das schon. Ich hoffe, ich konnte euch anfixen. Und ich danke euch, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ein Abo oder und oder einen Daumen hoch da lassen würdet. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunder, 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 wunderschönen Abendtag. Tschüss!